Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Fatal Frame 4 und man sieht es ja schon, wir sind jetzt nicht mehr irgendwo ich gespeichert habe, sondern ich bin einfach mal schnell hochgelatscht, denn ich habe nochmal bei der letzten Aufnahme reingekickt gehabt, wo wir halt unseren Arzt das letzte Mal gesehen haben und das war halt, da das ja eigentlich Hinweise sind, wo wir hin müssen, hier im Büro zumindest ist es ja hier reingelatscht und ich glaube, ich habe mich einfach nicht genug umgeguckt oder so, dass wir vielleicht wieder was am Schreibtisch haben. Das ist mir zumindest nochmal eingefallen oder was eine Möglichkeit gewesen wäre, weil die Tür ist ja da auch versperrt und ich glaube, wir müssen ihm halt hinterher, ne? Hatten wir das? Äh, okay. Okay, habe ich jetzt das Falsche? Ich meine, wir haben wieder irgendwas Blaues hier, kann auch sein, dass wir bloß irgendwas finden können, keine Ahnung, oder ich habe das konsequent ignoriert, weil hier mal zum Beispiel auch die Maske. Okay, there are numbers lined up in the interior panel, ja, die haben wir auch selber eingetütelt. Es wäre so einfach gewesen, aber das kommt halt davon, wenn man doch eigentlich länger spielt, wie man, wie man, naja, eigentlich wollte, sag ich mal und dann, ja, irgendwie, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, auch nach der Arbeit gewesen. Es ist halt schwierig, aber für mich nicht nach der Arbeit zu spielen, weil, ja, sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht weiterspielen, außer meinem freien Tag. Okay, jetzt können wir hier aber auf jeden Fall rein was Schauen und wo wir unten finden. Also, es kann auch gut möglich sein, dass das jetzt halt leider so ist, wenn das Kapitel dann zu Ende sein sollte, ist das halt irgendwie mit einem Erfolg, was doof ist, was ich ja eigentlich immer vermeiden möchte, weil es ja immer ein schöner Folgenabschluss ist, aber, naja, mal gucken. Vielleicht haben wir aber auch irgendeinen scheißschweren Geist, wo ich mich Ewigkeit dran aufhalte. Und vielleicht finden wir aber auch hier gar nichts unten, weil, ich weiß gar nicht, waren wir mit ihr unten? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ach komm, Alter. Ach doch, hat er. Doch, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, hat es nicht mitgenommen. Ähm. Ist für mich. Wow. Mann, ist früher morgen, du kannst dich so eine Kacke machen. Da bist du. Das kam, äh, ein bisschen unerwartet, muss ich sagen. Ah, hat es gereicht? Ne, habe ich nicht mehr gekriegt. Aber noch, ich wollte gerade sagen, noch kommt es wenigstens nicht schnell an, dann geht das noch. Einfach bloß noch pro Form. Ach komm, Alter. 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 Hat es jetzt funktioniert, der zweite? Ein bisschen. Wenigstens ein bisschen. Ist aber lieb von ihr wenigstens, dass sie, na, geschmeidig, sag ich mal, ankommt. Ich würde wahrscheinlich mehr ausrichten können, wenn ich sie auch mal nah rankomme. Das können wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Ich gucke schon mal ein bisschen weiter nach unten. Nein, das war zu, was ist so lange gezögert. Ähm. Ja gut, das war dumm. Das war dumm, ich hätte es nicht machen sollen. Scheiße. Ich hätte es halt nicht machen sollen. Ich meine, solange sie mir noch Zeit lassen. Das dauert halt aber dann ein bisschen. Wo bist du? Ich würde gerade sagen, weg, sollst du noch nicht sein. Meine Gute. Ist aber ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass das immer so unscharf ist, weil sonst würde ich sowas ganz gerne auch mal als Fun deal nehmen. Ach, das war gerade hier noch. Wenn es natürlich jetzt wieder links kommt oder so, ist ein bisschen... Wo denn? Wo denn? Ach, da kommt sie rein. Boah, die hat ja noch so viel. Ähm. Oh Mann. Sollte ich vielleicht lassen, ne? Wir haben zwar einiges, glaube ich, an Dings. Obwohl, ich bin ja bescheuert. Ich habe ja gekauft, ne? Und wir haben ja noch so viel. Ähm. Warte mal. Dann machen wir einfach mal hier. Habe ich mir doch extra... Habe ich mir doch extra zugelegt. Für den Fall dessen. Ich erinnere mich. So, Madame. Ähm. Leute, jetzt, jetzt funktioniert's, weißt du? Jetzt funktioniert's. Tada. Okay, ich werde aber trotzdem gleich wieder umswitchen, falls wir... Falls wir doch andere brauchen. Da ist doch irgendwas. Ach da. Oh, es sind sogar zwei. Power-Up-Linze Zero. Okay. Warte, müssen wir gleich mal gucken. Strange Instrument, die RB Plays. Das ist aber nicht das, was ich wollte. Ähm. Müssen wir gleich mal gucken, was die noch bewirkt. Hm. 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 Kacke. Also, ja, schön, dass wir das mitgenommen haben, aber trotzdem wieder ein Foto verballert. Warte mal. Mache ich gleich mal. Oh! Ich habe... Ah, shit, das habe ich vergessen. Die habe ich ja eigentlich extra rausgenommen wegen den Puppen, ne? Äh, ja gut. Ich bin wundervoll, dass das so lange gedauert hat. Ja, gut, das war jetzt... Ja, mein Fehler. Scheiße. Okay, okay, wir gehen gleich nach. Aber im Endeffekt müssten wir doch eigentlich bloß wieder am Dings rauskommen. Also, äh... Ich sage mal, am Keller unter dem Keller. Am Zeremonieplatz, wie es aussah. Oder? Okay, das ist eingestürzt. Das ist aber nicht... Ist das derselbe Ort, wo wir mit ihm waren? Ich bin mir ehrlich gesagt... Doch, da ist das... Da ist das kleine... Äh, naja. Da ist die kleine Tür. Na, dann gucken wir mal. Also, ich gehe zumindest wirklich davon aus, wenn wir 90er-Film gefunden haben oder so, also jetzt noch immer, dass wir vielleicht so eine Art Endkampf jetzt haben könnten. Mal schauen. Okay, noch nicht. Da ist der Fahrstuhl. Der bewegt sich auch kein Zentimeter mehr. Ja, das ist Haibara und... Was ist denn doch? Ne, und Misaki, ne? Okay, gut. Das Ding ist nur, die müssten ja dann eigentlich zum Fahrstuhl. Ich werde mir... Fuck, ich wollte gerade sagen, ich werde mich mal hier nochmal umgucken. Aua, aua, aua. Aber wir haben ja jetzt wieder. Ich hoffe, dass... Oh, oh, oh. Oh, lol. Wenn das das nicht funktioniert, das ist mir klar. Shit. Hat das mit dem Aufladen immer so lange gedauert? Ich weiß, da ist dann wahrscheinlich mehr Wumms dahinter. Glaube ich. Bin mir aber jetzt nicht so sicher. Das ist halt, alter, das sind viel. Und ich wollte gerade sagen, hier unten ist ja nicht mal so eng. Ja, toll. Aus allen Richtungen wieder. Die werden hinter mir sein. Normalerweise spawnen die hinter mir. Lalalalaufe, lalalalaufe. Schade, dass man sich nicht so hinstellen kann, dass dieses Special, wenn die nahe und so dran sind, immer da ist. Ah, ich wollte gerade sagen, da ist doch noch einer gewesen. Obwohl, ach nee, hier war bloß ein englischer Zugang. Ich wollte gerade sagen, hatten wir nicht noch eine Tür hier unten. Das war aber... LOL. Das war aber woanders gewesen. Hätte ich eh nicht erwischt, war in der Wand gewesen. Ich kann sagen, ich weiß, dass ihr da nicht weg seid. Ah, shit. Sieh auch. Okay, das war zu schnell. Den habe ich auch nicht mal erwischt. Okay, das Problem ist, habe ich mir heiliges Wasser geholt gehabt? Oder Kräuter. Oder Kräuter. Ach so, ich habe ja Kräutergot unter. Na ja, gut. Willen wir uns mal? Das Ding ist, wenn ich es richtig gesehen habe, die Linse, die wir gefunden haben, hatten wir vorher plus zwei oder hatten wir drei? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, konnte ich es nicht mal ausrüsten. Also wenn wir dann jetzt eine vierte Garten hätten, weil ich bin davon ausgegangen, dass wir schon drei hatten. Der ist aber, der hält sich aber hartnäckig, der junge Mann. Aber den haben wir gleich. Den haben wir gleich. Jetzt ist er weg. Och, lol. Ja, das kleine bisschen noch. Aber jetzt ist er weg. Nicht wieder irgendwo eine Wand verschwinden, mein Freund. Jetzt gibt es Hauer von der Mutti. Okay. Lass mich raten, wir kommen hier noch nicht rein. Okay, es hat zumindest gewabert. Doch, wir kommen hier rein. Doch, hier waren wir schon. Hier kamen wir aber auch nicht weiter, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Also, dass wir bloß an den Platz gekommen sind, wo, glaube ich, das mondlich gebündelt wurde oder so. Ich glaube, so war das gewesen. Ne, doch nicht. War doch hier der eingestürzte Gang. Bloß Problem ist, ja, lol. Ich habe hier auch keinen Hinweis, keinen Schein oder so. Den Zettel, den hatten wir ja mit ihm schon gefunden. Ich kann mir den Namen einfach sowas von nicht merken. Schade, schade. Ich glaube, ich würde dann versuchen, zum Aufzug wieder zurückzukommen, weil das ist ja eigentlich, glaube ich, vorhin der Hinweis gewesen. Also, ich hätte nicht unbedingt die Dings jetzt besiegen müssen, aber dass wir zumindest unseren eigenen Spuren von damals folgen müssen. Oh, wir haben ja noch den Schrein hier. Ja, gut. Heiliges Wasser. Sieht zumindest so aus. Ne, ein Buch. Nur eine Reflexion oder was? Ah, ja, ja. Okay. 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 So, das war. So, das war. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Etwas... Etwas Wichtiges zurückgelassen haben. Also sie anscheinend, oder? Ich meine... Ja, ich folge gleich. Aber es scheint... Sie führt uns ja irgendwo hin. Das müsste doch eigentlich die Patientin aus dem vierten Stock sein, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Aber ist sie das... Also ist die Person damit gemeint, von wegen, dass sie etwas Wichtiges zurückgelassen hat? Also diese Person zurückgelassen hat? Oder ist das was anderes? Weil... Optional könnte es ja auch... Weiß ich nicht... Ähm... Dings gewesen sein, ne? Äh... Die Maske oder so. Oder die... Richtige Maske. Keine Ahnung. Aber wir sind hier auf jeden Fall in einem Teil, wo wir noch nicht waren. Oder wir kommen jetzt zu dem Platz. Äh... Okay. Nein. Ich wollte dran haben, habe einen falschen Kopf gedrückt. Entschuldigung. Ich meine... Unsere ganze Reise ist ja die Jagd nach Erinnerung, mehr oder weniger, ne? Ähm... Was uns wieder hierher führt. Es kam halt aus einem Traum oder aus einer Vision heraus, dass wir wieder hier sind. Aber es muss halt special wichtig sein für... Hauptsächlich, glaube ich, für die Insel, oder? Für die Welt fühlt es sich, glaube ich, nicht so an. Aber für die Insel, beziehungsweise vielleicht für unsere... Familie und so, ne? Freunde. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht wird es sich uns jetzt offenbaren. Und das sieht... Auf den ersten Blick, ich glaube, das ist der Ort, an dem... Äh, den wir schon aus den Filmen kennen. Und ganz ehrlich, das sieht aus, als ob man hier einen schönen Endkampf hinbasteln könnte. Und das sieht aus, als ob man hier einen schönen Endkampf hinbastelt. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Ich krieg die nicht. Ich... Wie denn? Muss die nah ran? Sie muss erst nah ran. Na toll. Das soll wenigstens ein bisschen was haben. Das wird aber nicht viel abziehen, oder? Äh, warte. Nein, falsches Ding. Warte, 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 warte. Okay, unsere Uts... Müsste die Utsawa sein, ne? Aber jetzt ist schon... Oder was heißt jetzt ist schon? Wir spielen ja knapp 10 Stunden schon das Spiel. Aber ich weiß, dass es, glaube ich, noch wesentlich länger geht. Ähm... Warte, ganz kurz, bevor ich jetzt hier weiterlabere. 90er mache ich noch nicht. Dafür sind wir noch zu früh im Spiel drin, gefühlt. Ähm... Oder bei der Hälfte oder so. Ich weiß es nicht genau. Uah... Nein! Warum kriegt die nicht? Das Ding ist, die dürfte sich aber auch eigentlich nicht verpieseln, ne? Oh! Lass mich einen guten Schuss machen! Hör auf, dich zu bewegen! Ich hasse es. Das ist aber jetzt auch nicht so viel Damage, ne? Ja! Ähm, 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 warte, warte, warte. Ich wollte gerade sagen, wie du kannst dich hier... Oh nein. Wenig ist besser, wir haben sie ja... Also zum größten Teil, glaube ich, gefühlt. Oh, 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 oh. Oh, shit. Na? Hör auf, warum zu zoomen? Bitte. Wow. Wollte gerade sagen, da ist doch nicht viel zu drüber. Oh, oh, oh. Das wird aber, glaube ich, noch nie endgültig gewesen sein mit dir. Mia. So, da... So, da... ...Mia ... ... Ich erinnere mich. Die Name der Frau? Sakuya. Sakuya? Ja, ich ... ...Misaki ... ... Ich werde es zu Mia. Ja. Diese Frau ist du. Es ist wichtig. Ich bin der Fall. Wenn ich das so wie ich, dann kann ich nicht mehr so sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.